Was soll die DEOP, die Studieneingangs- und Orientierungsphase, den Studierenden über ihr Fach vermitteln? Wichtig ist es natürlich, einmal einen Überblick zu schaffen, vielleicht auch den empfohlenen Studienpfad vorzustellen, den Studierenden zu erläutern, warum es wichtig ist, beispielsweise für ernährungswissenschaftliche Themen zunächst einmal wirklich die naturwissenschaftlichen Grundlagen aufzuarbeiten, Anatomie, Physiologie zu erlernen, um dann wirklich in die Thematik der Ernährungswissenschaften einzusteigen. Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Je besser man sozusagen in den Grundlagen sich vorbereitet, desto einfacher ist es dann letztendlich, dann wirklich dieses Fachspezifische konkret zu vertiefen. Der zweite Punkt, der mir ganz wesentlich scheint, ist, die Studierenden dort abzuholen in den Lebenswelten, in denen sie sich befinden. Viele Studierende kommen beispielsweise in die Naturwissenschaften oder bekommen Kontakt mit naturwissenschaftlichen Fächern über die Schule. Dort wird aktuell sehr viel diskutiert über das Thema Nachhaltigkeit. Viele denken, dass man beispielsweise durch die Umstellung auf eine vegane Ernährungsform der Klimakrise begegnen kann und durch die Vertiefung der naturwissenschaftlichen Grundlagen, aber dann natürlich auch darüber hinaus, das Erlernen des Faches der Ernährungswissenschaften, können sie hier wirklich in Diskurs mit den Mitstudierenden, mit Lehrenden treten, aber letztendlich dann auch was für die Gesellschaft beitragen. Also diese Auseinandersetzung mit fachspezifischen Themen erfordert eine Vielfalt an unterschiedlichen Disziplinen beispielsweise auch und das verstärkt wieder die Notwendigkeit, über den Tellerrand zu schauen, die Notwendigkeit interdisziplinär zu denken. Wenn wir über Nachhaltigkeit beispielsweise reden, dann reden wir nicht nur um die gesunde Ernährung oder das Klima, sondern dann sprechen wir auch beispielsweise über ökonomische Probleme und soziologische Themen. Das heißt, es ist hier wirklich wichtig, mehrdimensional zu denken. Was die fachliche Orientierung betrifft, so halte ich es für wichtig, zu vermitteln, auf welche Weise eine bestimmte akademische Disziplin überhaupt zustande gekommen ist. Also die Fachgeschichte, die Wissenschaftsgeschichte spielt da eine wichtige Rolle, dass Studierende sich einfach aus einem bestimmten Verständnis heraus, wie Fragestellungen zustande gekommen sind, wie, wann, zu welchen Zeitpunkten in der Geschichte eines Faches welche Fragen gestellt worden sind, dass hier so etwas wie eine historische Orientierung möglich ist. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den man auch schon in dieser Phase glaube ich ansprechen und vermitteln muss, ist, dass jedes Fach auf gewisse Weise seine eigene Sprache hat. Also das ist in manchen Fächern klarer und offensichtlicher als in anderen. Also dass ich eine bestimmte Fachterminologie habe, wenn ich jetzt beispielsweise Chemie studiere, dann ist das vollkommen klar, dass ich da bestimmte Begriffe erlernen muss, die aus dem wissenschaftlichen Kontext kommen. In den sozialwissenschaftlichen Fächern gibt es eine stärkere Überschneidung mit Alltagssprache und mit Begriffen, die es auch in der Alltagssprache gibt. Und zugleich gibt es auch so etwas wie eine Rückwirkung, dass wissenschaftliche Terminologie, wissenschaftliche Begrifflichkeiten in die Medien, in die Alltagssprache übernommen werden. Aber da ist es wichtig zu verstehen, dass auch mit vermeintlich vertrauten Begriffen jedes Fach auf eine bestimmte Weise umgeht und ein bestimmtes Begriffsverständnis hat, das sich unter Umständen von dem unterscheidet, was diese Begriffe jetzt in einem anderen auch benachbarten Fach aussagen oder wie sie in den Medien verwendet werden, was sie in der Alltagssprache aussagen. Also dieser Begriff einer spezifischen fachlichen Terminologie ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Ein wichtiger Punkt ist hier ganz bestimmt, dass manche Fächer auf den ersten Blick ganz anders ausschauen, als sie dann tatsächlich sind. Von Informatik zum Beispiel hat jeder schon mal gehört, weil wir alle im Alltag damit zu tun haben, aber plötzlich stellen unsere Studierenden fest, dass das eigentlich was ganz anderes ist. Dass Informatik zum Beispiel nicht nur Programmieren ist oder nicht nur Apps bedienen, sondern dass man da Mathematik braucht, Logik, solche Dinge. Oder auch Kenntnisse in der Physik, in der Chemie, damit man versteht, wie die Hardware funktioniert. Und dass Informatik zum Beispiel auch eine Geschichte hat, dass die nicht erst vor 20 Jahren begonnen hat, sondern zurückgeht bis auf Leibniz und Pascal, 300 Jahre zurück. Und man damals schon Rechenautomaten gebaut hat. Das ist also etwas ganz Wichtiges und das gilt eigentlich für alle Fächer, denke ich, dass man da mal ein Gefühl, ein Gespür dafür bekommt, für die reiche Tradition und dass das einfach sehr viel mehr ist, als das, was man vorher oft gedacht hat über ein Fach. Das zweite ist, dass man sich bewusst macht, dass es nicht nur darum geht, wie man etwas macht, sondern warum man etwas macht. Denn Studieren heißt eben nicht nur, Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, mit denen man Dinge realisieren kann, sondern vor allem zu verstehen, was dahinter ist, warum man so etwas tun sollte. Und dann geht es natürlich drittens darum, tatsächlich ein Fach in seiner Breite auch mal kennenzulernen. Gutes Deops beinhalten Lehrveranstaltungen, die möglichst viele Aspekte abdecken. In der Informatik haben wir darauf geachtet, dass wir eine Lehrveranstaltung über Programmieren haben. Wir haben eine über technische Grundlagen, also was denn die Hardware so treibt. Und wir haben eine über Mathematik, weil das einfach das logische Fundament des Fachs ist. Und auf diese Weise schnuppert man also in verschiedene Zweige sehr intensiv hinein. Und dann kann man eben entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Was soll die STEOP in der Theaterfilm- und Medienwissenschaft den Studierenden jetzt an Wissen genau vermitteln? Vielleicht kannst du das anhand eines Beispiels noch einmal genauer sagen. Absolut. Im Grunde geht es da um grundlegende Fragen. Grundlagen Wissen und Grundlagen Denken, vielleicht wenn man es so sagen kann, der TFM. Beispielsweise die Frage, was ist ein Medium überhaupt? Und diese Frage, das ist vielleicht überraschend am Beginn eines Studiums, ist auf wirklich sehr, sehr unterschiedliche Weise zu beantworten. Es gibt nicht eine richtige, korrekte Antwort unveränderlich auf diese Frage, sondern je nach Theorie, je nach Schule, je nach Perspektive, aus der die Frage gestellt wird, gibt es hier sehr unterschiedliche Antworten. Und natürlich unterscheiden sich auch die Antworten, die in der Vergangenheit zu dieser Frage gestellt wurden, also historische Perspektiven auf das, was ein Medium ist und gegenwärtige Perspektiven. Also diese Verbindung von historischem und gegenwärtigem Wissen und immer auch die Phänomene der TFM als solche zu verstehen, die historisch geworden sind, die historisch bedingt sind. Das ist so ein grundlegendes Wissen, das in das Diop vermittelt wird. Das heißt, anhand schon des Faktums, dass man diese Frage stellt und keine einzige Antwort geben kann, anhand derer lernt man schon eigentlich ganz viel, was wissenschaftliches Wissen eigentlich ist, oder? Ja, ja, absolut, genau. Man lernt erstens anhand dieser Frage, was wissenschaftliches Wissen ausmacht, wie du sagst, und andererseits, glaube ich, sieht man auch, dass wissenschaftliches Wissen von Kontext abhängig ist. Und dass es sehr stark Veränderungen unterworfen ist. Und das ist etwas, was man sozusagen in der Kulturwissenschaft als Turns bezeichnet, als Wenden. Und diese kulturwissenschaftlichen Wenden führen dazu, dass sich Perspektiven auf Wissen verändern und eben durch die Geschichte der Phänomene und Gegenstände hindurch. Ein anderes Beispiel, was auch, glaube ich, für uns ganz wichtig ist in der Steop, ist, dass Studierende Geschlechtergerechtigkeit in allen Dimensionen lernen. Also es wird wirklich ganz viel Wert gelegt auf geschlechtergerechte Sprache, immer, wenn kommuniziert wird, auf geschlechtergerechtes Adressieren der Studierenden hier auch eine Non-Binary-Perspektive einzunehmen. Es gibt nicht nur zwei Geschlechter. Wie gehen wir mit diesem Wissen miteinander um? Wie sprechen wir miteinander? Aber auch eine Geschlechtergerechtigkeit im Umgang mit den Theorien und Texten. Also dass hier auch natürlich gleich gesagt wird, gerade auch bei historischen Texten, wo sind hier Gepflogenheiten, Sprechweisen auszumachen, die unserer gegenwärtigen Kommunikationsform und auch inhaltlichen Ausdrucksweisen nicht mehr entsprechen. Was ist daran zu kritisieren? Was ist hier kritisch einzubringen? Und hier auch bereits, und ganz wichtig auch in der Steop, ein kritisches Kanonbewusstsein mitzubringen. Das heißt auch immer zu sagen, ganz egal in welchem Fach das ihr lernt, ihr seid immer mit einem Kanon an Gegenständen konfrontiert. Und jeder Kanon ist durchdrungen von einem patriarchalen Wissenssystem, das sich jahrhundertelang, jahrtausendelang etabliert hat und das immer sozusagen zu kritisieren und daran zu arbeiten ist. Und auch das vermitteln wir, ist entscheidend an der Universität. Dafür stehen wir, glaube ich, dass das der Kern von universitärem Wissen auch ist. Aber второй, der Kern vonfkritely lasciungen zum Hotel After говорить, dass es nicht das continental ist für die Geräte oder die попfteilung Zip Untertitelung des ZDF, 2020